Die Deutsche Rentenversicherung bearbeitet seit einem Jahr einen Erwerbsminderungsrentenantrag nicht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Wir haben am 30.09.2019, also vor gut einem Jahr, für unseren Mandanten einen Antrag auf eine Erwerbsminderungsrente gestellt. Hintergrund ist, dass unser Mandant aus medizinischen Gründen nicht mehr in der Lage ist, am allgemeinen Arbeitsmarkt seine Tätigkeit einzusetzen. Er leidet an schweren depressiven Erkrankungen der höchsten oder schwersten Form und hat auch noch andere psychische Erkrankungen, Angststörungen. Der behandelnde Arzt von ihm, ein anerkannter Psychiater und Psychologe, hat hier auch entsprechend mehrfach in Befundberichten bestätigt, dass unser Mandant nicht mehr beruflich tätig sein kann. Unser Mandant ist relativ jung, also unter 50 Jahre. Und dann haben wir natürlich, nachdem wir den Rentenantrag gestellt haben, dann auch die Formanträge gestellt, haben die Befundberichte hingeschickt und es passiert nichts. Stillroter See. Die Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, ich muss ja immer hier lesen, tut nichts. Sie fordert weder Befundberichte von dem Arzt ab, es gibt weder ein Gutachten noch sonst irgendetwas. Obwohl die Sachlage eindeutig ist, aus meiner Sicht zumindest. Jetzt könnte man ja sagen, Corona, da ist eine Zeitverschiebung drin, da kriegt man auch keine Gutachtertermine. Aber wir haben die Zeit vom 30.09.2019 bis März 2020, diesen Jahres. Da ist nichts passiert. Das sind sage und schreibe sechs Monate, wenn ich richtig gerechnet habe. Die Deutsche Rentenversicherung hat nichts gemacht. Dann haben wir die Corona-Phase. Das ging ja dann auch irgendwann mal vorbei mit diesem ganzen Lockdown. Dann waren wir im Juli und dann haben wir mal vorsichtig angefragt als Kanzlei, wie ist denn der Sachstand? Keine Antwort von der DAV Bayern Süd. Im August, nächste Sachstandsanfrage, keine Antwort von der DAV Bayern Süd. Heute, am 24.09. ruft unser Mandant bei der DAV Bayern Süd an und bekommt zur Antwort, rufen Sie doch bitte in zwei Monaten an, wir haben keinen Gutachter für Sie. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, jetzt reicht es, Deutsche Rentenversicherung, mir ist der Kragen geplatzt. Ich habe heute eine Dienstaufsichtsbeschwerde geschrieben. Hier ist es. Und ich habe den Herrschaften angedroht, wenn die bis zum 31.10. keine Entscheidung über den Antrag auf die Erwerbsminderungsrente fällen, aus welchen Gründen auch immer, oder uns hier ordentlich über den Fortgang des Verfahrens informieren und dass wir hier eine Sachaufklärung sehen, dass ich dann auf jeden Fall eine Vorstandsbeschwerde mache und gegebenenfalls dann auch eine Untätigkeitsklage. Die Untätigkeitsklage wird nur dazu führen, dass ich die DAV zwinge, eine Entscheidung zu treffen, die sie ja jetzt offensichtlich nicht treffen will. Aber ein Jahr lang Zeit und nichts tun, das geht nicht. Unser Mandant hat einen Antrag auf eine Versichertenrente gestellt, also auf eine Rente aus eigenem Recht. Ob er Anspruch auf die Rente hat, ist eine ganz andere Frage. Das Arbeitslosengeld, was unser Mandant in der Nahtlosigkeit bekommt, da haben wir auch gekämpft für ihn, läuft ja auch irgendwann mal aus. Und was passiert dann? Muss er dann zum Hartz-IV-Amt gehen? Unsere Aufforderung steht, am 31.10. muss eine Entscheidung über den Rentenantrag kommen oder wir müssen zumindest das Gefühl haben, dass hier irgendetwas passiert. Im Übrigen kein Einzelfall, aber hier so massiv, dass wir sagen, hier mussten wir jetzt mal eine Dienstaufsichtsbeschwerde machen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.